Ich bin so ein kleiner Drache. Ja, Bombe. Hallo? Vale? Fire Vale. Ja, super. Und jetzt... Alles geht gerade schief. Yo. Ja. Ha. Hab dich, Kleiner. Teehä. So, und damit herzlich willkommen zurück, ja, zu einer weiteren Folge Ark Eternal und ja, jetzt kam ja über eine Woche keine Folge, war einfach zeitlich bedingt, hatte ich dazu einfach, ja, einfach keine Zeit und ja, ihr könnt schon hier sehen, es hat sich was getan. Und zwar habe ich jetzt die letzten zwei Tage erstmal hier versucht, ähm, ein bisschen, ja, neue Mods noch drauf gemacht, dazu findet ihr mehr Infos, naja, wenn ihr aufpasst, in der Videobeschreibung, ich möchte dazu aber jetzt auch erstmal nichts groß sagen, es sind ein paar mehr Dinos dabei, ich hab ein neues Spike-Glas und so alles mit reingepackt, äh, Tech-Sachen und noch so ein bisschen was, kann ich aber hier kurz zeigen, was hier so, äh, hier die Tech-Sachen könnte ich jetzt alle herstellen, aber Black Pearls kriege ich ja nicht. Äh, also die Tech-Bench hab ich reingemacht, die Reusable, Bola, Flaregun, Parachute und Grappling-Hooks hab ich jetzt noch mit drin und Super-Spy-Class und hier die Upgrade-Station. Dazu werde ich aber nicht in diesem Video was, äh, ja, zu sagen, sondern dann in einem der nächsten Videos, denn ihr seht schon hier, der Bronto, den hab ich hier ein bisschen, ja, zugebaut und zwar hab ich ja schon das letzte Mal gesagt, wir werden jetzt dann irgendwann mal in den Redwood gehen zum Tamen und ja, da hab ich mir halt ein bisschen was überlegt, was leider bis jetzt nicht so ganz geklappt hat und auch nicht klappen wird, dass ich den Bronto irgendwie ein bisschen zubaue. Ich lass den so, denn ich glaube, der ist dann ein bisschen besser geschützt, hoffe ich zumindest, äh, und, ja, mal gucken, eigentlich war es so geplant, dass ich dort den Terrezino irgendwie oben drauf packe, nur ich krieg da keine Rampe irgendwie dran. Und, ja, da muss ich halt irgendwie sehen, wie ich das mache mit dem Flying Raft, das seht ihr da hinten auch schon, äh, ja, ich bin am Bauen schon, ich hab die Plattform schon erfarmt, aber, ja, das Ganze ist halt nicht so brickelnd, wie ich mir das dachte. Es ist groß, aber leider nicht groß genug und auch zu unhandlich, muss man ehrlich sagen, ähm, ja, aber das ist eine Sache für die nächste Folge, denn das hier ist noch nicht ganz fertig, ich muss mir da noch ein bisschen was überlegen, wie ich das mache und, ja, es hat sich auch was getan hier mit den Texturen von den Eternal Tieren. Ich kann's ja mal zeigen hier, denn, tadaa, der Terrezino ist nicht mehr durchsichtig grün, sondern hat jetzt hier so eine schöne, ja, grün-gelbe, ja, Textur oder ist so angemalt, was ich cool finde, denn so sind die ja dort schon anschaulicher als die vorher waren, so durchsichtig hier auch der Diodikurus und, ja, es gibt halt jetzt einen blöden, ja, Effekt vom Flyer-Nerf, auch noch, kann ich jetzt mal zeigen, oder, ne, was jetzt hier reingefügt wird, ah, hiermit kann ich es nicht zeigen, weil der ist irgendwie verbuggt, der Lightning Petri, warum auch immer, der ist Level 1 und man kann die nicht mehr nutzen, äh, mit was zeige ich das mal, hier, mit den, äh, Trikes, zum Beispiel, das ist jetzt ein Metal Trike Feuer, bam, kann man hier mal kurz zeigen, äh, ja, die kannst du, der war jetzt Level, ich glaube, 100 irgendwas beim Tame und, ja, ich, der hat jetzt schon 177 Movement Speed und ist einfach so langsam, und das ist jetzt schon schnell, der war am Anfang saulangsam, das kann vielleicht was damit zu tun haben, weil die so stark sind, der hier ist ja jetzt schon, ja, nett verkehrt, und ich glaube, die, die ich vor dem Patch getamt habe, oder vor auch dem Update von Ark Eternal, die kann ich eigentlich alle killen, denn die sind alle Level 1, die, ja, Elemental Tiere und, äh, sind nicht mehr zu gebrauchen, kann man ehrlich sagen, den habe ich jetzt nach dem großen Update vom Ark Eternal, ja, gezähmt, und der ist wieder brauchbar, außer mit dem Movement Speed, das ist aber wahrscheinlich extra so drin, und, ja, um was wird es heute gehen? Heute werden wir mal versuchen, diesen schönen Bronto hier zu zähmen, denn das ist auch neu, gab es bis jetzt noch nicht, ist jetzt auch mit dem letzten Update, was, glaube ich, Mitte letzter Woche reingekommen ist, äh, es gibt jetzt Eternal Brontos, und, ja, der ist hier vor der Base, würde ich mal sagen, den kann man mal zähmen, denn eigentlich hätte ich mal Bock drauf, auf so einen, und hier ist irgendwo, wo ist es? Hier, ich glaube, der ist Level Pan, wie, welches, 84, genau. Lol, da ist ein kleiner Drache, genau, der, genau, ich habe hier, so, jetzt kann ich schon die erste Mod, das ist so ein kleiner Drachen-Mod, habe ich mit reingepackt, denn ich finde die super cool, und hier ist so ein kleiner Drache, ja, Bombe, hallo, Mail, Fire, Welp, Level 4, okay, ja, das muss ich mal, äh, gleich beobachten, aber, ich hole jetzt erstmal Tame-Zeug, denn, äh, ihr könnt euch hier sehen, ich bin, ich habe hier ganz schön viel Bauzeugs dabei, äh, ihr habt keine Darts, verdammt, und, ja, dann würde ich sagen, zählen wir die ganzen Viecher mal, denn ich habe da, äh, richtig Bock drauf, außerdem brauchen wir die auch, ganz ehrlich, wir brauchen die, denn ohne die wird das nichts, so, und ich brauche Bolas, ohne Bolas geht hier gar nichts, und reusable Bola, Vegstone, Fiber, das habe ich doch hier locker, oder? Oder, oder, oder? Äh, da, 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 da habe ich doch, so, komm, da rein, äh, da drauf, so, komm, äh, nee, die Hericino, du hast leider keinen Sattel, der ist eh stärker, um einige stärker, ich kann jetzt schon mal zeigen, die Stats, das ist halt schon krass, 250.000 Leben, und, alles, alles zusammen ist das halt schon, richtig heftig, was gar, aber auch nicht schlecht ist, den Pronto lassen wir erstmal hier, der verschwindet eh nicht, ich möchte jetzt erstmal, äh, da, 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 ich habe was vergessen, äh, ich brauche noch die Narkotiks, denn ich möchte erst den Alpha zähmen, beziehungsweise dann jetzt auch den kleinen Drachen, das war jetzt gar nicht vorgesehen, der kleinen Drache, aber, ja, ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht genau, wie die, Mord jetzt genau heißt, aber halt, es sind jetzt hier, ich glaube, 10 neue Drachen mit, im Spiel vorhanden, und, ja, die, sind recht cool, auch sehr gefährlich, muss man dazu sagen, außer vielleicht, glaube ich, der kleine, ich weiß aber auch nicht, ich sehe, ich sehe schon kommen, äh, der, der pflückt mich gleich weg, wie noch was, aber gut, wir werden es sehen, aber jetzt erstmal den Alpha da vorne holen, denn, das Wichtige ist, unser Alpha, das war ja eigentlich, ich sag mal, so ein kleines Testobjekt, aber, der, oh nein, 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 welches, ach, kack, Dilo, kackvieh, ach, komm, lass es funktionieren, so, komm, na, ja, 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 kip um, komm, oh man, und, ich muss das Spike-Lass noch machen, so, komm, kip um, aber das machen wir gleich noch, denn, ja, da kann man halt, oh nein, ey, hör auf, ey, Jung, hör auf, nein, nein, oh man, das gibt's doch nicht, ey, hier geblieben, und, oh, ich bin so blöd, warum hab ich eigentlich nicht mit dem Terrezino drauf eingeballert, oh, nein, bleib hier, meine Güte, nein, ernsthaft, oh ja, er hat aufgehört, äh, nee, ja, komm, 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 lande hier, nach Menno, verdammt, landest du jetzt hier, oder nicht, weil, sonst tame ich erstmal was anderes, andererseits, wir haben den ja hier unter, die Kontrolle, gehen wir mal auf den Bronto, so, yo, der liegt, oh, oh, nein, 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 lass uns doch mal hier raus, egal, Bären hast du doch hoffentlich noch, nee, natürlich nicht, ist ja klar, ja, super, und jetzt, boah, alles geht gerade schief, pfeifen kann man natürlich auch wieder nicht, ich weiß nicht, was das für ein Kackback ist, aber das geht, bei allen Mods, wo du Tiere oder so hast, kannst du nicht mehr pfeifen, es ist einfach nicht mehr möglich, okay, der Bronto ist jetzt nicht so ultra stark, aber trotzdem, ist ein Eternal Bronto, ganz ehrlich, besser als gar nichts, finde ich, so, komm, Futter, Futter, mein Kleiner, äh, wo ist der Alpha hin, Alpha, 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 hä, da, du verschwindest hier nicht, wenn du das nächste Mal landest, wirst du gebohlert, und der Tericino ballert auf dich ein, ganz ehrlich, so, aber, der hier wäre jetzt schon mal, so getamed, und, ah, komm, Tericino, ich will dich da raus haben, ach, das ist doch ne Kacke, warum kann ich den nicht raus pfeifen, ich kann doch nichts machen hier, oh, lol, es hat funktioniert, äh, lol, ey, das war, äh, das, äh, Vorführeffekt, oh, Mann, nein, 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 jetzt hängt doch nicht wieder da drin, ei, 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 Schlimmes Vieh, yo, nice, er liegt, oh, ja, beide Tiere liegen jetzt hier so schön, da, gut, dass man das noch, äh, schön schnell force feeden kann, ei, 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 so füttert er jetzt schon was, 1, 2, 3, 4, 5, ei, 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 die verlieren halt so viel Torpo, aber, yo, der hat schon 10.000, was, was, nur 10.000 Leben, ach so, ja, die kriegen ja so viel, glaube ich, dazu, ist auch egal, der hat halt schon 12.000 Stamina, das brauchst du nicht mehr skillen, das ist schon krass, und ja, ich würde dann mal sagen, bis die beiden getamed sind, mach ich einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die fertig sind, bis gleich, so, und, ja, beide Tiere sind getamed, Bronto Level 11 und gucken wir mal, wenn wir die jetzt upgraden auf, ja, komm, erst mal leben, was dann passiert, wie viel er bekommt, ja, okay, ist, ist akzeptabel und wie sieht es beim Alpha aus, komm, der muss jetzt auf Leben geskillt werden, denn 14.000 Leben ist wirklich nicht, äh, ja, 20.000, das ist doch in Ordnung hier, oh nein, 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 friss doch nicht mein ganzes Alpha, Alpha Fleisch weg, davon hab ich nicht so viel, hier, nimm das, ist vielleicht nicht so gut für dich, aber, immer noch besser als gar nichts, auch wenn ich nicht richtig forcefiden kann, ist mir aber egal, hier, das kannst du auffuttern, hey, yo, wie schnell regeneriert ihr denn, das ist ja krass, okay, ja, gut, man muss halt bei den Viechern immer ein bisschen aufpassen, dass die nicht verhungern, aber, okay, so, Pronto, du kommst auch mal mit, so, wir bringen euch jetzt erstmal hier zur Base, denn, beim Pronto, ich denk mal, erstmal zeigen, muss ich euch doch nicht, ne, kann ich euch, kann ich euch grad zeigen, ich glaube, den normalen Pronto-Sattel hab ich gar nicht mehr, den hab ich, glaub ich, weggeschmissen, weil ich gar nicht damit gerechnet hab, dass überhaupt irgendwelche Prontos nochmal mit ins Spiel reinkommen, äh, ja, deshalb, ja, der Pronto wird wahrscheinlich das machen, was hier der Tericino auch macht, Mensch, willst du mich denn verarschen, meine Fresse, ja, jetzt hängen wir hier fest, bist du denn bescheuert, was, warum funktioniert das jetzt wieder, Alter, Mann, bist du dumm, du Vieh, ganz ehrlich, na, egal, zumindest haben wir jetzt einen guten Alpha, was schon mal gut ist, den werde ich dann halt jetzt über, dann bis zur nächsten Folge ordentlich leveln, und diesmal wird wahrscheinlich der Sprung dazwischen nicht so groß sein, denn, wir brauchen halt noch einen guten Alpha Petri, zum Fliegen halt für den Redwood, ohne Alpha geht's halt nicht, denn, oder ich sag mal, ohne gutes Flugtier, da ist der schon nicht verkehrt, der ist jetzt schon 130, hat schon mehr Stamina und alles, da kannst du ihn halt fast eigentlich only auf Leben skillen, was gar nicht mal so verkehrt ist, so, und komm, jetzt gucken wir mal nach dem kleinen Drachen, ob der da immer noch rumhängt, oh, Medcom, aber heute, ihr seht schon, es ist, ja, ich bin schon mitten dabei, für die Vorbereitung hier, für den, ja, zum Redwood zu gehen, denn, es ist halt auch keine, un, keine leichte Sache, dann dorthin zu gehen, denn, es ist so weit weg, und richtig hinkommen, ja, kommt mal irgendwie auch nicht, der Bronto ist jetzt nicht langsam, aber, ist jetzt auch nicht das wahre, muss man ehrlich sagen, im Wasser, auch wenn er schon 300 Movement Speed hat, deshalb, das ist gar nicht so leicht, wo ist denn der kleine Drache jetzt hin, oh nö, jetzt ist er weg, ich glaube, der Kano hat den angeknabbert, ach, Och Mensch, das gibt's doch nicht, ich dachte jetzt, den nehmen wir auch noch mit, jetzt ist er weg, nee, da vorne ist er, da vorne ist er, da ist der kleine, kann man den jetzt irgendwie abknallen, so gucken wir mal, nee, bevor ich jetzt was mache, Moment mal, okay, nee, ist mir zu teuer, ganz ehrlich, komm mal her, kleiner, lol, wie der sich bewegt, so, das ist jetzt, wenn ich draufgehe, ist es halt so, lol, das hat schon mal nicht getroffen, äh, ich hab ihn verloren, da ist er, komm mal her, nein, komm her, komm mal her, nein, das geht auch nicht, okay, wir testen hier mal alles aus, was geht, nein, shit, das war daneben, oder ist er, ist er im Fluchtmodus, oder was, nee, hä, hä, kann ich den, ich will den jetzt nicht so abknallen, oh, 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 er wird aggro, yo, ja, ha, hab dich, kleiner, hä, hä, ich dachte, der macht aber jetzt was, der ist ja voll putzig, putziges Vieh, hoffentlich frisst der Fleisch, frisst du Fleisch, ja, du frisst Fleisch, und wie sehen eigentlich deine Sätze aus, oh, ist er süß, so ein kleiner Mini Baby Drache, oh, guck mal, oh, putzig, ey, kleiner, kannst du mal, komm, wir machen jetzt mal einen Test, greif mal das an, ey, kleiner, Firewelp, greif mal hier an, ey, jo, greif mal an, komm, ernsthaft, dein Ernst, statt, lol, hä, wie hat der das denn gemacht, alter, grad mal auf Leben hier, komm mal auf meine Schulter, du Kleiner, ey, wie sieht denn das aus, oh, ha, ey, geil, nice, so, treuer Gefährte, komm mit, ey, cool, das feiere ich jetzt auf jeden Fall, coole Mod, musst du jetzt nochmal den Namen rauszunehmen, ich weiß das gar nicht mehr, ich werde es euch einfach mal hier einblenden dann, äh, wie die Mod heißt, und, ja, dann, was ist das aber erstmal, lol, hier ist ein kleiner Petri, okay, äh, für die Folge von heute, wieder ein bisschen Tame, ja, aber, ihr seht schon hier, die Vorbereitung für den Redwood, und fürs große Tame, so nenne ich es jetzt mal, sind schon fest im Gange, wir haben jetzt einen guten Alpha Petri, das ist schon mal Bombe, einen sehr guten Terrezino, das auch super ist, der Bronto, jedes Level, was der bekommt, ist umso besser, umso mehr Leben hat er, und, ja, dann würde ich sagen, ich denke, nächste, spätestens übernächste Folge, geht es dann los, mit, ja, auf Weltreise, sag ich mal so, und das wird dann sehr interessant, erst recht mit dem Tame, was wir dort alles bekommen, oder vielleicht dann auch nicht bekommen, wer weiß, es wird auch eine interessante Sache werden, denn es kann auch alles schief gehen, ich hoffe es mal nicht, aber es kann, was, halt, richtig mies wäre, wenn, wenn es schief geht, aber, gut, wir werden es dann da sehen, so, stellen wir den mal auf, alle auf passiv, und, ja, dann war es das erstmal mit dieser Folge, Ark Eternal für heute, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern, ein Like da, und, ja, dann, bis zur nächsten Folge, Ark Eternal, bis dann, ciao! ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.